SELO Jedes Jahr am Sommeranfang, dem 21. Juni, macht sich die FED de la Musik weltweit auf, das fünfte Element des Lebens, Musik möglichst vielen interessierten Menschen näher zu bringen. Bekannte und unbekannte Künstler aus allen Genres haben an diesem Tag die Möglichkeit, auf vielen verschiedenen Bühnen von sich hören zu lassen. So auch Natural Sedowa, die New York-stämmige Sängerin, die nun in Berlin lebt, tritt dieses Jahr zum zweiten Mal auf der FED auf. Sie spielt in der Salu Bar in Berlin-Schöneberg. Das erste Mal in prägendem Kontakt mit Musik und Bühne kam Natural in ihrer Kindheit. I was in the fifth or the sixth class and I auditioned for a play called Jungle Book and I got the role of Baloo the Bear. And up until that point, music was kind of in me and I was relatively shy and quiet. Die soulige, starke Frau, die man auf der FED zu sehen bekam, entwickelte sich in Washington, D.C., wo Natural wegweisende Inspiration fand. Das Festival möchte durch Musik, Kultur an die Leute weitergeben und die Menschen umsonst daran teilhaben lassen. Als jemand, der mitten im Geschehen ist wie Natural, kann man sich eine gute Meinung über den Erfolg der FED machen. Ich denke, dass die Fete de la Musik sehr beeinflusst hat, wie die Leute bekommen, die Musik entdeckt, die Input von den Artisten. Es ist eine Plattform, die ich denke, ist sehr notwendig. Und ich denke, dass viele Leute hören können. Es ist eine wunderbare Chance für die Leute zu experimentieren mit der Sound und zu fühlen, wie ich. Es gibt unverkennbar viel Kultur in unserer Stadt, aber macht Berlin auch den Eindruck einer offenen Metropole? Definitiv, ich denke, es ist eine Melting Pot. Es hat die Vibe von New York in den 80er Jahren. Und es gibt viele Plattformen für internationale Leute zu kommen und relaxen und machen ihre Sache, und zu entwickeln und zu entwickeln, als Artisten, oder in welcher Richtung sie sind. Man kann wohl davon ausgehen, dass wir Natural auch nächstes Jahr wieder auf der Fete de la Musik sehen und hören werden. Wenn es nach ihr geht, sind alle herzlichst eingeladen, am 21. Juni wieder Feuer, Wasser, Erde, Luft und Musik zu vereinen. Definitiv, kommen wir uns an. Natra Sadova, und ich weiß nicht, wir haben noch einen Namen, aber ich gehe mit meinem Namen und wir sehen, was passiert. Aber definitiv, live Musik ist definitiv, dass es zu hören und fühlen wird. Und ich stelle, ich stelle, die Haus und die Welt. Und ich stelle, ich stelle, die Haus und die Welt. Und ich stelle, diehaus und die Welt, also stelle, das StEC Kielfalaus Egyptian. Und ich stelle, die Haus und die Generation musiker hierher, auch was glücklich sind, und wir lauten anduen like. Und ich übrigens Untertitelung des ZDF, 2020